Ich bin oft gefragt, haus, wann bist du wieder mit dem Kabarettprogramm mit deinem Kabarettprogramm? Am 6. Juli bin ich oben am Weißensee und zwar habe ich da ein Open-Air beim Hotel Lackus mit meinem Programm Ich will ein Rent von dir. Karten gibt es bei info-at-lackus.at oder bei der Telefonnummer, das merken wir nicht, da ist die Nummer. Ruft es an, schreibt es hin, könnt ihr zuschauen, haben wir feste Gaudi. Ich freue mich schon auf den 6. Juli am Weißensee. Viertenk!